Hallo und herzlich Willkommen und wie in dem GuideZeit Video angekündigt, jetzt folgen ein paar Seitenvorstellungen, ich mach die alle als extra Video, dass man die in Playlist sortieren kann und dass das ganze ein bisschen übersichtlicher bleibt. Die nächste Seite ist Straw Paul, oder Straw Paul, weiß ich nicht wie man das ausspricht, es ist auf jeden Fall eine englische Seite und es ist einfach zum Umfragen erstellen. Hier könnt ihr ganz einfach Umfragen erstellen, ohne anmelden, ohne alles mögliche, wie das sonst bei ähnlichen Seiten oft ist, also zum Beispiel, was für Video Typen wollt ihr zukünftig sehen? Ähm, machen wir mal Seitenvorstellungen, ähm, GIM Tutorials, noch, ähm, was haben wir noch, OpenOffice, noch, ähm, und, weiß nicht, was haben wir denn noch, ähm, Kurzvorstellungen, Kurzvorstellungen, ihr seht schon, hier poppen dann immer mehr, ähm, solche Optionen auf, also wir können immer mehr eingeben und wenn wir dann fertig sind, dann drücken wir einfach auf Create Paul, und, ähm, dann bekommt ihr hier den Link, könnt ihr draufklicken, und hier steht dann Pick One, also eine auswählen, das hätte man da gerade noch ändern können, dass man auch mehrere auswählen kann, und dann sucht ihr euch hier aus, zum Beispiel, mehr OpenOffice Videos oder mehr GIM Tutorials, ihr drückt auf Vote, dann werdet ihr hier hin weitergeleitet, und das ist die Seite, die ich dann auch sehen kann, ähm, und dann seht ihr hier auch so ein, so ein Tortendiagramm heißt es glaube ich, ähm, wie gewotet wurde, und ihr könnt das dann einfach über diesen Link, ähm, den ihr eben bekommen habt, weiter schicken, und so sammeln sich dann halt, ähm, die Umfragenergebnisse hier, in Prozent und auch, ähm, hier, verbildlicht, also das ist ganz cool. Okay, das war die Seitenvorstellung, ähm, Link packe ich euch in die Beschreibung, und wir sehen uns bei der nächsten Seitenvorstellung, bis dann, ciao.